Musik Auf ein gelungenes Dorffest 2019, Herr Dreibauer, Schützern! Heil! Schützern! Heil! Schützern! Heil! Harriny, Mann, Gross, der Pfarrer, Sollen und He�ern! Es ist wie eine Kirche, oder? chosepfour, der Pfarrer, Sollen und He�ern! Musik Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Festgäste, liebe Ehrengäste hier vorn bei uns, liebe Freunde vom Kirchheimer Dorffest. Mit einem herzlichen Grüß Gott möchte Sie alle, möchte Euch alle ganz herzlich zum 17. Kirchheimer Dorffest jetzt hier auf dem Pfarrer Kaspar-Meyer-Platz begrüßen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Dahoam, das ist so ein besonderer Begriff, der bei jedem gleich ins Herz rein trifft. Da hat auch ein Pudel auf und ein ganz bestimmtes Gefühl, das ist gerade recht und selten zu viel. Dahoam, das steht für Gemütlichkeit. Essen, Tringe und auch Zeit haben für Sie selber und die anderen. Hauptsache, in einem Miteinander. Dahoam heißt, sei so wie man ist. Da lässt sich jeder einmal gewiss granteln und rechts wieder sein, denn sie wissen, es geht vorbei. Dahoam, da geht es einem einfach gut. Auch wenn einem das oder sei weh tut, weiß man genau, da bin ich richtig. Und das ist unbezahlbar wichtig. Dahoam, das ist eben so ein besonderer Begriff, der bei jedem gleich ins Herz rein trifft. Es führt dazu, dass man immer gern wieder heimkommt. Und sei es von so fern. Und darf Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserem 17. Dorffest hier am Pfarrer-Kasper-Meyer-Platz. Vereinsvorsitzende, liebe Ehrenbürger, liebe Musikkapelle, liebe Salutschützen. Ich darf zusammen mit der Kathi Ruf und der Norina Dietzmann, die stellvertretende Festleitung, dieses Dorffest eröffnen. Wir haben es drei Tage daheim in Europa betitelt. Dwei Vereine darf ich da besonders herausgreifen. Die sind jetzt zwar nicht mit einem Stand auf dem Dorffest präsent, aber die beiden Vereine werden jetzt gleich das Anzapfen mit übernehmen. Dieses Jahr freut es mich besonders und auch das passt zu Europa, dass zwei Jubiläumsvereine hier bei uns diese beiden Fässer gleich anzapfen, die ganz besonders Sorge tragen, auch für einen ganz wichtigen Gedanken in Europa, nämlich für den Frieden. Beide Vereine werden in diesem Jahr 100 Jahre alt. Der Veteranen- und Soldatenverein hat bereits gefeiert. Der Krieger- und Soldatenverein hat auch an. Wir haben im Oktober ein tolles Festwochenende aussteht. Ich lasse mich, dass Sie gleich anzapfen werden. Ich darf aber davor, bevor wir dann tatsächlich endlich zum Gurschtlöschen kommen, noch ganz herzlich Danke sagen. Zunächst mal bei der Kathi Ruf. Liebe Kathi, niemand kann so gut dichten wie du, aber trotzdem darf ich sagen, auch wenn es einst jemand anderes schuf, Dorffest-Chefin ist unsere Kathi Ruf. Vielen herzlichen Dank für die tolle Organisation. Also herzlich darf ich der Norina Dietzmann danken. Das ist die stellvertretende Festleitung. Ihr habt es wunderbar hingebracht. Man darf ja nicht vor Abschluss eines Festes dazu viel loben, aber alles, was ich jetzt schon gesehen habe, ist ganz hervorragend. Wir teilen uns das ja immer so auf. Ihr macht es die Organisation. Ich kümmere mich ums Wetter und deshalb richtig gut hinfahren. Herzlichen Dank. Jetzt darf ich die beiden Vorsitzenden, Engelbert Huber und Ludwig Pölzl, zu mir bitten zum Anzahl. Los! 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 Musik 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 und jedes Jahr viel dazugebaut und erneu gemacht und Sie sind alle herzlich willkommen. Am Samstag, den 27. macht man nachmittags Showturnier und Kinderverlosung. Sonntag, das Highlight, da spielt die Hausener Big Band zum Weißbuss-Frühstück. Servus. 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 Sehr gerne. Musik Musik Musik